Musik Der Fachkräftemangel bleibt eine große Baustelle in der SRK-Branche. Die Peach Gruppe hat als Großhandelsunternehmen Industrie und Handwerk eingeladen, um auf diesen besonderen Berufszweig aufmerksam zu machen, mit der Berufsmesse Chance4U. Musik Musik Was die Peach Gruppe hier in Zusammenarbeit mit Fachhandwerk und Industrie bietet, das schauen wir uns ganz genau mal an. Musik Ja, ich stehe mit Matthias Klane. Herr Klane, was wird dem Auszubildenden hier geboten, was wird dem Besucher hier auf der Messe geboten? Ja, hier auf der Messe führen wir sowohl das Fachhandwerk als auch verschiedene Branchenorganisationen mit geflüchteten Personen zusammen. Das Ganze machen wir zum zweiten Mal in der sogenannten Chance4U Berufsmesse, die wir 2019 schon das erste Mal durchgeführt haben und hier heute in Aarhaus das zweite Mal durchführen. Wer ist dann daran beteiligt? Sie sind ja nicht allein hier, Sie haben Unterstützung von verschiedenen Fachpartnern. Wer ist noch hier? Korrekt. Wir haben sowohl das Fachhandwerk mit mehreren Betrieben hier vor Ort, wir haben aber auch Organisationen da, wie zum Beispiel die Caritas, die Flüchtlingsinitiative, einige Agenturen für Arbeit sind hier und etliche Industriepartner, die uns unterstützen, mit eigenen Ausstellungsflächen und auch den geflüchteten Personen das Handwerk und unsere Branche näher bringen können. Sie haben die Geflüchteten angesprochen. Was tun Sie, um denen hier und heute nochmal besonders zu helfen, quasi den Einstieg zu erleichtern? Ja, natürlich ist das Thema Sprachbarriere existent. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir viele interne Kollegen auch haben, die erfreulicherweise den Hintergrund haben, mehrere Sprachen häufig selber Migrationshintergrund haben, mehrere Sprachen darüber beherrschen und die sind heute hier bei uns auf der Fläche, unterstützen uns bei der Durchführung und helfen einfach im Kontakt auch diese Sprachbarriere zu überwinden. Herr Kleine, was treibt Sie zu dieser Messe an, was motiviert Sie, um den Berufsweg ins Handwerk zu erleichtern und zu ermöglichen für junge Leute? Ja, wir sind als Unternehmensgruppe einer der ersten Unterzeichner der Charta der Vielfalt, die ja bundesweit sich engagiert für solche Projekte gewesen und nehmen seitdem auch jährlich an der sogenannten Diversity Challenge teil. Da war die Berufsmesse 2019, die wir in Düsseldorf durchgeführt haben, das erste Projekt, was dann auch den bundesweiten Preis gewonnen hat, worauf wir sehr stolz sind und wir führen das jetzt hier fort und die Diversität ist uns als Unternehmen einfach eine Herzensangelegenheit und da ist die Chance4U Berufsmesse ein wichtiges Element dazu. Ja, Herr Popmann, Sie waren ja hauptverantwortlich für die Messe, für die Organisation. Ich denke, Ihnen ist jetzt eine Last von den Schultern gefallen, dass es jetzt endlich losgeht. Wie viel Arbeit war das Ganze hier? Was war so das Hauptmerkmal? Was mussten Sie hier tun? Ja, also generell kann man sagen, dass wir sehr früh mit der Organisation schon gestartet sind. Ich glaube, wir sind jetzt quasi schon ein Jahr mit der Organisation zugange und mussten natürlich halt versuchen, dass wir möglichst viele Handwerker, möglichst viele Kunden erstmal gewinnen, die sich dann eben als Arbeitgeber positionieren und andererseits sind wir natürlich auch super auf die Organisationen angewiesen, die uns dann eben unterstützen im ganzen Prozess, die uns vielleicht auch nachher mit organisatorischen Dingen noch unterstützen und das war eben so die Herausforderung, dass wir da alle Seiten möglichst gut ansprechen können. Sie haben es schon angesprochen, Sie haben vielfältige Unterstützung hier von Industrie, aber auch von verschiedenen Gewerken, die ja dann die Besucher hier hingebracht haben. Wer ist da dabei? Wer unterstützt Sie da? Also das sind größtenteils sind das Organisationen aus dem Umfeld, die viel auch mit Flüchtlingen zusammenarbeiten, beispielsweise Arbeitsagenturen, Caritas, irgendwelche Integrationspunkte für Flüchtlinge und die haben wir halt eben alle angesprochen, um halt so eben auch den Kontakt an die Zielgruppe herzustellen. Was ist dann für Sie persönlich das Ziel? Was soll diese Berufsmesse am Ende des Tages bringen? Also letztendlich geht es halt darum, dass wir eben ans Handwerk, wo ja wirklich der Arbeitskräftemangel akut ist, dass wir da eben möglichst viel Kontakt verknüpfen, sodass im besten Fall halt nachher wirklich da, egal ob Ausbildungsverhältnisse, Arbeitsverhältnisse oder Praktikumsplätze generiert werden können. Hier auf der Messe sind 13 Handwerksunternehmen, die die Peach-Gruppe unterstützen. Ich stehe ja jetzt mit Nina. Nina, was bewegt euch hier zu sein? Was war bei euch die Motivation, hier an der Messe teilzunehmen? Also für uns ist natürlich wichtig, dass wir einfach Nachwuchs bekommen. Das als allererstes natürlich. Außerdem wollen wir natürlich auch einfach als Unternehmen präsent sein. Wir möchten auch Jugendlichen mit einer Sprachbarriere eventuell die Möglichkeit geben, vielleicht ein Praktikum zu machen und einfach mal in den Beruf reinzuschauen, weil es ist einfach so abwechslungsreich bei uns und man kann so viel Spaß haben in dieser Branche. Ja, da möchte man einfach mehr Leuten die Chance geben und denen einen Einblick bei uns in die Firma geben. Wenn wir den Markt und die Lage betrachten, der Fachkräftemangel immer noch sehr präsent, wie wichtig ist dann so eine Messe und der Kontakt zu möglichen Auszubildenden? Nachwuchs ist für uns natürlich super wichtig. Wir arbeiten in einer zukunftsorientierten Branche. Die nächsten Jahre über gibt es super viel Arbeit bei uns und daher ist Nachwuchs natürlich immer gewünscht. Ich stehe jetzt hier mit zwei Berufsschullehrern. Schön, dass Sie hier sind. Schön, dass Sie mit uns reden. Wie haben Sie von der Messe erfahren? Warum sind Sie heute hier? Wir haben tatsächlich eine Mail erhalten in der Schule. Die wurde als Rundmail verschickt, wo wir dann von der Messe gehört haben und es wurde so gezielt an unseren Bildungsgang weitergeleitet. Wir haben hauptsächlich internationale Förderklassen und fanden das sehr, sehr spannend für diese Schülerklientel, dass sie sich dort informieren können. Wie wichtig war Ihnen dann, dass Sie mit Ihren Schülern heute hier sind? Was haben Sie Ihren Schülern vielleicht im Vorhinein mitgegeben? Wir fanden das sehr wichtig, dass unsere Schüler hier hinkommen, um erst einmal auch die verschiedenen Ausbildungsberufe überhaupt kennenzulernen. Wir sind teilweise noch nicht so lange in Deutschland, kennen auch die unterschiedlichen Begrifflichkeiten schon gar nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, auch mal ins Gespräch zu kommen, weil viele, oder ja, unsere Schüler, glaube ich, viel Potenzial haben auch. Und ja, deswegen finde ich das sehr wichtig, dass hier die Schüler da in Kommunikation mit den Ausbildungsbetrieben gehen. Wie ist Ihr erster Eindruck von der Messe? Wie finden Ihre Schülerinnen und Schüler das Ganze hier? Die finden es grundsätzlich spannend. Also wir haben jetzt gerade schon einige gesprochen. Es ist trotzdem festzustellen, dass die Hemmschwelle sehr, sehr groß ist, sich zu überwinden und Menschen gezielt anzusprechen, gezielte Fragen zu stellen. Einfach aufgrund dessen, dass einige teilweise erst seit drei, vier Monaten in Deutschland leben und auch noch nicht sehr gut Deutsch sprechen. Aber ja, ansonsten wird es sehr gut angenommen. Ich finde es sehr vielfältig im handwerklichen Bereich aufgestellt. Und auf jeden Fall gut, dass man viele Ansprechpartner hat und auch, dass viele Übersetzer vor Ort sind und unterstützen. Auch einige Industriepartner sind hier und unterstützen die Messe, um mit den Auszubildenden in Kontakt zu treten. Herr Wiemeyer von Ovendrop, was bewegt Sie hier zu sein? Was ist die Intention dahinter? Ja, der Fachkräftemangel ist in der Branche angekommen, überall unumgänglich. Und wir von Ovendrop unterstützen natürlich hier gerne die Initiative von der Firma Peach, ein sehr guter Partner unseres Hauses. Und deswegen sind wir heute nach Aarhus gekommen mit einem kleinen Messestand, um auch hier eben insbesondere auch im Bereich der Geflüchteten das Ganze zu unterstützen und hoffen, dass wir hier der Branche ein bisschen helfen können, indem wir eben auf die Branche aufmerksam machen, die Vielfältigkeit, die Digitalisierung in der Branche aufzuzeigen, um einfach junge Fachkräfte, zukünftige Fachkräfte, wie gesagt, für das SRK-Handwerk, für die SRK-Branche zu begeistern. Arthur Raschwean war selbst in der Situation, in der sich heute viele Flüchtlinge in Deutschland befinden. Er will den Geflüchteten helfen, den Weg ins Berufsleben zu bestreiten. Wir haben schon öfter heute gehört, sie machen viel für die Integration der Flüchtlinge hier auf der Berufsmesse. Wie sieht da der genaue Fahrplan aus? Was tun Sie da? Also wir als Firma Peach und auch ich als Organisator will den Kunden, unseren Kunden unterstützen, weil ich selber arbeite im Vertrieb. Und ich kenne das von Kunden, deren größter Leid ist, dass sie keine Leute kriegen, dass sie keine Arbeitskräfte haben oder Arbeitskräftemangel haben. Und durch diese Messe wollen wir die unterstützen, weil es profitiert jeder davon, sowohl wir als auch die Handwerker, aber auch die Teilnehmer, die heute vor Ort sind, also die Geflüchteten und die Menschen, die mit Migrationshintergrund heute in Deutschland sind und hier vor Ort sind. Und wir wollen die ans Mann bringen, kann man so sagen, an die Kunden bringen, dass sie mit den Kunden sprechen, groben Bewerbungsgespräch kann man das nennen, um auch ein bisschen die Interesse von den Menschen zu wecken. Das ist unser Ziel. Und inwieweit unterstützen Sie dann die Geflüchteten, die Besucher hier auf der Messe mit verschiedenen Barrieren, die eventuell da sind? Was tun Sie dafür? Wir haben die ganzen Organisationen, wie zum Beispiel Caritas, Arbeitsagentur, Jobcenter, Ausländerbehörde eingeladen, die sind auch vor Ort, die unterstützen uns bei der Integration, also bei, sage ich mal, ganzen Papierkram, was danach ablaufen wird, was danach passieren wird. Und wir von der Firma Peach haben sehr viele Dolmetscher heute, die die Leute unterstützen werden. Unter anderem, ich glaube, das sind 15 Sprachen, die wir heute dolmetschen. Und das zeigt auch nochmal, wie vielfältig und wie viele Leute oder wie viele aus vielen Nationen die Firma Peach besteht. Also ich würde schon sagen, es sind mehr als ein Drittel der Unternehmensgruppe Peach, die einen Migrationshintergrund haben oder eine andere Muttersprache haben. Können Sie ungefähr eine Zahl sagen, wie viele Besucher die Messe heute erwartet und was bedeutet Ihnen das Ganze dann, Ihnen persönlich vielleicht auch, wie viel von der Firma Peach hier getan wird, um geflüchteten Menschen zu helfen und einen Arbeitsplatz zu ermöglichen? Also ich kann sagen, dass Firma Peach alles tut, um die Handwerker, um alle zu unterstützen, die jetzt vor Ort sind, auch Geflüchteten und auch im Nachhinein. Ich würde sagen, also unserer Schätzung nach sollten zwischen 50 und 80 Teilnehmer sein. Wir sind jetzt weit über 100 Teilnehmer, das freut mich sehr. Das ist auch für unsere Handwerker, unsere Kunden wichtig, weil je mehr Interessenten die haben, desto höher ist die Chance, dass die Arbeitskräftemangel weniger wird und die Leute als Nachwuchs kriegen, sage ich mal. Und für Sie persönlich, was bedeutet Ihnen das? Für mich persönlich, ich unterstütze Leute, die das gleiche Problem haben, wie ich vor einigen Jahren. Ich bin auch vor neun Jahren geflüchtet und bin jetzt seit fünf Jahren bei Unternehmensgruppe Peach. Ich habe vorher mein Praktikum gemacht, zweiwöchige und meine Ausbildung abgeschlossen. Und jetzt bin ich seit fünf Jahren bei FIMA Peach. Und das würde mich sehr freuen, wenn ich Menschen, die den gleichen Leiter hatten oder haben, den ich mal hatte, dass sie da auch Unterstützung bekommen, dass sie auch mal einen Arbeitsplatz haben, einen sicheren Arbeitsplatz und eine sichere Zukunft. Ja, ich stehe jetzt mit Robert Umtid, einer der Geschäftsführer der Peach-Gruppe. Robert Umtid, was bedeutet es Ihnen, diese Messe hier heute zu machen? Welchen Stellenwert hat das bei Ihnen? Ja, vielen Dank. Also diese Messe hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Das ist das zweite Mal, dass wir sie ausrichten. Corona-bedingt mussten wir etwas pausieren. Umso schöner ist es, dass wir heute einen sehr, sehr großen Zulauf haben. Das erfreut uns sehr, denn für uns spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Denn neben den zahlreichen Herausforderungen, die wir momentan im Markt sicherlich haben, spielt das Thema Personal für uns eine riesige Rolle und eine Rolle, die immer größer wird. Denn durch das Thema Generationswechsel einerseits im Handwerk, aber vor allem auch durch den demografischen Wandel, sehen wir, dass es immer schwieriger wird und herausfordernder, gute Fachkräfte, aber insgesamt überhaupt Personal zu finden, zu begeistern und zu halten. Und insofern spielt diese Rolle für uns, diese Messe für uns eine riesige Rolle. Sie sprechen es an, die Marktsituation ist eine relativ schwierige, eine relativ herausfordernde. Was tun Sie als Peach-Gruppe, um die Auszubildenden heute oder die möglichen Auszubildenden von dem Berufsfeld zu überzeugen? Ja, das spielt eine ganz fundamentale Rolle. Denn wir sind wirklich davon überzeugt, dass wir zusammen mit den Industriepartnern und dem Fachhandwerk im Dreiklang, im dreistufigen Vertrieb einen wesentlichen Beitrag dazu tragen können, den Klimawandel einzudämmen und die Klimawandel dahin zu bekommen. Denn wir sehen es gerade in diesem Jahr, die Nachfrage nach Wärmepumpen, nach regenerativer Energie spielt eine riesige Rolle und da spielen wir natürlich einen wesentlichen Part. Und das zu vermitteln und den Mitarbeitern, aber vor allem auch den Kandidaten, den Interessenten zu vermitteln, das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, da kann man wirklich begeistern, denn es ist eine hochspannende Rolle. Es ist ein Umfeld, was stetig im Wandel sich befindet, was natürlich Herausforderungen hat, was aber auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten bietet, sich selbst zu beteiligen und Dinge zu bewegen. Und dafür stehen wir gemeinsam mit unseren Partnern, Dinge voranzubringen, nach vorne zu bringen. Und dafür möchten wir heute auch die Interessenten, die hier sind, begeistern. Was für einen Wunsch haben Sie quasi für die Zukunft? Nicht unbedingt an die Auszubildenden, sondern insgesamt vielleicht an die Lage der Branche, des Marktes. Wie kann es weitergehen? Es ist sehr schwierig mit dem GEG jetzt, Wohnungsbaurgipfel. Welchen Wunsch haben Sie, dass die Ziele, die sich die Bundesregierung und alle weiteren stecken, dass die auch erreicht werden in den nächsten Jahren? Ja, mein Wunsch ist und bleibt zunächst einmal, dass wir eine gewisse Sicherheit wieder bekommen und Transparenz dahingehend, was die Rahmenbedingungen sind. Und da ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass das GEG jetzt wirklich umgesetzt wurde, nachdem wir dort in so einer gewissen Hängepartie waren. Das hat natürlich dazu geführt, dass Verunsicherung herrschte bei den Endkunden. Ob sie jetzt investieren, ob später, wie die Förderlandschaft aussieht. Und da ist mein Wunsch, dass man politisch eine Gradlinigkeit hat und die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Denn der Bedarf ist da. Wir als Industrie, Handwerk und Großhandel stehen in den Startlöchern und können dort gut unterstützen. Aber das wäre mein Wunsch, dass man das auch kommuniziert, Klarheit schafft, wie die Rahmenbedingungen sind. Gleichzeitig glaube ich, dass wir gemeinsam in diesem dreistufigen Vertrieb an den Markt gehen müssen, sowohl was Arbeitskräfte angeht, als auch was Endkundenbedarfe angeht und aufklären müssen über die Möglichkeiten, die bestehen, was Förderung angeht, was unsere Kompetenzen angeht. Und dann sehe ich uns sehr, sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Wir verabschieden uns hier aus Aarhaus von der Berufsmesse und genießen jetzt noch die kulinarischen Köstlichkeiten. Und dann sehen wir uns hier aus Aarhaus von Aarhaus von Aarhaus von Aarhaus von Aarhaus.